Wisst ihr was krass ist? Bei mir war der hessische Rundfunk zu Gast und wir haben eine Dokumentation gedreht und ihr könnt gerne mal in den Kommentaren raten, zu welchem Thema wir eine Doku gedreht haben. Sobald das Ganze im Fernsehen kommt, werde ich euch auf jeden Fall Bescheid sagen und ich bin schon super gespannt und es war ein richtig cooler Drehtag gewesen. Und wie das Ganze aussieht, schaut mal auf Instagram vorbei, dann zeige ich es euch.